Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zur Löwe-Mond-Energie. Die Löwe-Mond-Energie sind wir heute und morgen drin, heute 16 und 4, die 20, morgen die 21 dazu. Und es geht jetzt darum, sich in positive Gesellschaft zu bewegen, weil man da einen Energieschub bekommt, um jetzt eine gewisse Hürde, um eine gewisse Blockade zu nehmen. Ich sehe so einen Kraftschub von Hoffnung, Motivation, Optimismus. Das ist so ein bisschen angefeuert werden, ein Umfeld, von dem man angefeuert wird oder um auch nochmal die Karten aus dem Wochenorakel für heute und morgen dazu zu holen. Hier, eine unbeschwerte Energie, eine Leichtigkeit, ein Erheben, ein Anheben. Ja, und da weiß man dann auch, dass man da richtig ist. Es sind Menschen, die die nötige Prise Humor für eine Hürde haben und so ein bisschen die Schwere aus einer Angelegenheit rausnehmen. Die Prise Humor, die Prise Optimismus da reingeben, was das jetzt für ein Umfeld ist. Ob ihr hier jetzt Kollegen habt, die das Ganze mit einer Leichtigkeit nehmen und hier gerade den richtigen Teampartner für euch bilden und sagen, ach komm, wir machen das einfach zusammen und zack, zack ist der Scheiß erledigt. Ja, oder ob ihr in der Partnerschaft da jetzt so einen Kniff in den Hintern kriegt und ein Lächeln kriegt, das euch mal wieder motiviert, etwas Bestimmtes anzugehen, für den anderen etwas zu machen. Auf jeden Fall seid ihr an dieser Stelle dann richtig. Und wir haben heute auch schon in den Sternzeichenimpulsen, in den Tagesimpulsen, bei dem ein oder anderen die Tüte Motivation liegen gehabt, die man bekommt, um etwas, was man aufgeschoben hat. Man hat es immer gekehrt, gekehrt, gekehrt und deswegen hat es sich ein bisschen gestapelt. Jetzt kann man es angehen. Jetzt gibt es die Kraft dafür von dem entsprechenden Umfeld. Ja, und dann fühlt man sich dort auch gesegnet und geborgen. Und es ist auch so ein bisschen, man ist selbst auch erstaunt über die Kraft, die man hier jetzt bekommt, um so die letzte Hürde in Angriff zu nehmen. Ja, es ist eine ganz, 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 ganz tolle Energie. Haben wir aber auch schon im Orakel am Samstag drüber gesprochen. Ja, dass auch die Plejaden da jetzt ins entsprechende Umfeld schicken. Und die Plejaden-Energie könnt ihr euch ja gerade auch mit der E-Mail-Beratung runterziehen, einladen. Und ihr wisst dann einfach, ja, das ist geil, hier bin ich richtig, hier ist Beltane. Das ist so, hier möchte ich mich einfach auch verbinden, weil man fühlt sich dadurch auch motiviert, gesegnet. Ja, und haben wir auch schon im Wochenorakel drüber gesprochen. Alles andere kann man dann auch einfach, ja, also was einen hier jetzt in dieser Zeit immer nur runterziehen will, weg damit, was sollt man damit? Ja, und das kommt jetzt so ein richtiger, also ich sehe halt wie so eine Wolke. Ist draußen bei uns hier gerade auch sehr stürmisch. Ja, gestern hatten wir hier auch wieder den ganzen Tag Windwarnung. Wie so eine Wolke, die einen jetzt nochmal so richtig schön pfeffer in den Hintern bläst. Ja, aber nicht mit irgendwie wenn dann oder sonst oder, sondern wirklich mit einer Unbeschwertheit, ja, mit einem Quietschen, mit einem Lachen, mit einem an die Hand nehmen. Ja, das ist total schön. Es kommt wie so, als wenn man so auf der letzten Hürde wäre, ne, und dann kommt jetzt ein Pferd, ja, von hinten, ja, und bietet einem an, Komm, sattel mich, ich trag dich jetzt, ja, ich trag dich jetzt hier so den Rest des Weges da hoch und dann hast du den Scheiß gepackt. Ja, ist wirklich schön. Und dann merkt man, dass Dinge, die vorher keinen Spaß gemacht haben, mit dem richtigen Umfeld, ja, oder mit dem richtigen Team oder mit der richtigen Person an der Seite auch Spaß machen können, ne. Und dann ist das natürlich auch überhaupt gar kein Wunder, wenn auf einmal eine Sache Spaß machen kann, ja, wenn man dann das Gefühl hat, ey, hier bin ich richtig. Hier bin ich richtig. Hier ist geil. Hier ging jetzt auf einmal auch diese Hürde ganz leicht, ja. Hier geht es wirklich drum, mit Energie und Tatenkraft und Leichtigkeit und Optimismus durch eine entsprechende Gesellschaft, ja, Partner, Freunde, Arbeitskollegen hier etwas zu meistern, ja. Auf einmal geht es ganz leicht und unbeschwert, ja, wie von Zauberhand, ja. Und es ist natürlich ganz klar, dass man sich da dann richtig fühlt, ne. Da, wie man, ich höre auch so viel Lachen, ja, das ist echt schön, ne. Wie man auf einmal über etwas, ja, was einen die ganze Zeit blockiert hat mit der nötigen Prise Humor oder mit einem Blickwinkel, der die Sache nicht ganz so ernst nimmt, ja. Wie man dann auf einmal darüber lachen kann und dann so beschwingt, ne, beschwingt etwas angehen kann. Oder sich auf einmal nicht mehr so sehr in etwas reinsteigert, ja. Und das Ganze auf einmal gar nicht mehr als so groß wahrnimmt. Ja, die oberste, okay. Ja, hier, aber schaut mal, ne, da kommt, hier, da kommt der Joker, ne. Der Joker, um hier eine Herzensangelegenheit in den Abschluss zu bringen, ne. Voll schön. No. Das ist hier ein Projekt, ne, wo man, ähm, jetzt hier einfach am Ende angekommen ist, ne, wo man weder Lust noch Kraft hatte, ne, für dieses Projekt, für diese Angelegenheit. Und, äh, wo man auch das Gefühl hat, ja, man ist nicht so wirklich vorangekommen, ja, oder es war zum, dass es zum Scheitern verurteilt ist, ne. Und auf einmal kommt hier da so der Joker reingeschneit, ja. Der Joker reingeschneit und sagt, ey, komm, ne, den letzten Meter, den machen wir jetzt auch noch hier. Und mit dem ist man auf einmal in der Lage, hier, ne, die Einstellung zu ändern, den Blickwinkel zu ändern, ja, das ist eine höhere Perspektive. Und, ähm, dann fällt es, ja, dadurch, durch diese, durch diese Leichtigkeit, die diese Person da reinbringt, äh, auf einmal nicht mehr schwer, äh, zu sagen, ich beende A und öffne mich für B. Ja. Und hier die Kräfte für unnötige Projekte verschenken war auch einmal, ne. Dann kommt hier, man, man hat hier auf einmal so, Alter, so kann es auch gehen, ne. Es kann auch so gehen. Das sind neu gewonnene Einsichten, ja, und auf einmal wird man zu dieser Thematik, die man als derart belastend empfunden hat, viel ruhiger, ausgeglichener, belastbarer. Ja, ja, das sind neue Energien, neue Lebenseindrücke, total geil, ne, irgendwas, wo es halt stagniert hat, ne. Und da wird einem jetzt eine neue Perspektive, eine neue Hoffnung, eine Positivität, ähm, es ist wie eine Befreiung, ja, richtig, 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 richtig gut. Durch das gesprochene Wort, ja, wird einem das hier vermittelt, ja, es kommt durch das Halschakra, wie gesagt, entweder, weil man das Ganze, weil jemand anderes das Ganze ein wenig leichter nimmt, ja, die Perspektive wechselt, ne, ein bisschen Humor in die Sache, Optimismus, Hoffnung in die Sache bringt, ne, ja. Ja, das ist so ein krasser Aufschwung. Und das, ähm, dadurch, dass man zusammen hier so eine Hürde meistert, ne, hat man halt auch eben hier so ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl. Beltane halt, ne, Vereinigung. Das ist so eine Erkenntnis, dass man nicht alles so verbissen sehen darf, ne. Das ist wie, als wenn dieser Berg hier auf einmal verschwindet, ja. Also, wenn ich auf diese Karte hier gucke, dann, äh, ist der Berg dann halt immer weg. Ja. Das ist sehr, sehr geil, wo ihr da so eine, äh, äh, so eine blockierende Energie habt, die euren Optimismus bislang blockiert habt, ja, oder eure, eure, ähm, Kraft blockiert habt. Das werdet ihr wieder am besten wissen, ne, in welchem Umfeld das so ist, ne, aber es verschwindet. Das ist so ein bisschen wie von Zauberhand, ja. Weil ich gucke hier immer drauf und dann ist es weg. Ja, sehr, 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 sehr geil. Ja, ihr Hübschen, dass, ähm, wenn ihr die Plejadenenergie runterziehen wollt, habt ihr entsprechende E-Mail dazu, ja. Äh, wenn ihr in die Thematik tiefer einsteigen, steigen wollt, habt ihr das Orakel vom Samstag. Und ansonsten würde ich sagen, äh, braucht ihr mich nicht, ja. Habe ich jetzt, äh, frei. Das löst sich hier durch ein Ass im Ärmel, ja. Mit dem man hier auf einmal eine Blockade loslassen kann. Und dann ist man glücklich. Sehr, sehr geil. Gönne ich euch allen von Herzen, ihr Hübschen, ja. Ladet die Plejaden zu euch ein. So ein Aufschwung. Ich glaube, den können wir alle gebrauchen. Bis dann. So. Bye. Ciao. 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 Vielen Dank.